Okay, bereits im Endspurt für die Welt-Regenbogen-Raserei. Na dann legen wir mal los. Wir brauchen ja bloß noch die 8 roten Münzen und 100 Münzen. Also kein Problem. Dass ich vielleicht nicht versaue. So, diesmal fahren wir aber wieder mit dem Teppich, weil... ...da ich mir gleich eine Packung Münzen abholen kann auf dem Weg. Hopp, hu hu. Tralala, lalalala, lalalala, llinglinglinglinglinglingling. So, ach, das war's auch schon. Tja, du Flammenwerfer. Scheiße, wa? Diesmal triffst du mich nicht. Okay. Und jump, Mario! So, dann sind hier noch schöne Münzen. Llinglinglinglinglingling. Und anderer Seite auch noch. Und du, Fih, hast auch noch Münzen. Na komm her. Komm her. Watz! Ja, her damit. So, jetzt machen wir noch einen Abstecher nach hier. Weil ja auch schöne Münzen sind. Wuhu! Klinglinglinglinglinglingling. Ching Ching! So, ha, ha, ha. Wuhu. Ja, ha, ha, ha. Da, 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 da. Oh, das war cool. Ob es jetzt riskant wäre, wenn ich mir jetzt die beiden Dinger hier hole. Ah, das will ich nicht. Das war total einfach. So. Und jetzt? Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. So, dann habe ich noch da hinten Münzen. Genau. Kling, kling, kling. Gut, dann hätten wir das geschafft. Fahr mal mit dem Fahrschul runter. So, und auf geht's zu den roten Münzen. Juhu. Ich hoffe, da sind genug blaue Münzen da. Das werde ich, glaube ich, gleich mal als erstes testen. Wow. Juhu. Ey, du Scheißbombe, du hast ohne Münze für mich. Was? Nein, bleib stehen, nein. Gut, das war jetzt nicht so schlau. Aber aus Fählern lernt man. Hä? Was? So. Okay, probieren. Der Wandsprung muss jetzt perfekt sitzen. Ah, geil. Oh, waren das viele Münzen. Ich habe es nur ein, fünfmal verpasst, aber nicht so schlimm. Viel mehr, als ich mir erhofft hatte. Geil. Das finde ich ja so geil. So, okay. Dann ist jetzt Münzensammeln angesagt. Wo sind die überhaupt alle? Das tat weh. Das tat weh. Oh, Mensch. Ey. Mario. Du Appel. Du bringst mich ja ganz in Verlegenheit. Spiel doch mal richtig. Oh, heiß. Heiß, heiß, heiß. Du auch noch hier? Yeah. Noch zwei Münzen. Yeah. Okay. Dann fehlen uns aber noch elf so Münzen. Dann bleibt uns wohl eine Teppichreise nicht erspart. Yeah. So. Du wartest schön hier auf uns. Während wir noch mal kurz eine Teppichreise machen. Weil ich noch weiß, wo es da Münzen gibt. So. Ach, ist das schön. Bald haben wir es geschafft. Oh, nicht übertreiben hier. Zehn Münzen noch. La 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 la. Bisschen schneller. Verdammt, 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 verdammt. Da, 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 da. Oh, das schaffen wir schon. Ich bin wie immer ganz optimistisch. Und watsch. Bam. So, auf dem Schiff oder aufs Schloss? Ah, auf dem Schloss, da sind Münzen. Münzen. So, noch vier Münzen brauchen wir Oh, was war das? Das Ding geht ja kaputt Alter, da bin ich mir gerade erschrocken, Alter Ich kriege bestimmt nie wieder Schluck auf Egal Ging ja nochmal gut Also fahren wir jetzt nochmal hier hoch Weil es muss sein, tut mir leid Ich frage mich eigentlich, wie Baby Bowser entstanden ist Mit wem hat denn Bowser da Oh mein Gott In Mario Sunshine will er uns ja weismachen, dass Baby Bowser der Sohn von Peach ist Ähm, ne? Schon klar Ja, aber irgendwas ist doch faul bei denen Oder die ganzen anderen Bowser-Kinder, die er hat Ja, das sind Kinder Wie geht denn sowas? So, ich gehe jetzt aufs Schiff rauf Das ist mir sicherer Ach ja Komische Bayblade wieder von vorhin Das schwebende Bayblade Boah, das war knapp Ganz komisch, Patte drückt So, auf den Schiff sind auf jeden Fall unsere letzten Münzen Und nein, ich fall hier bestimmt nicht runter Wenn doch Dann 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 muss ich mich wieder selbst bestrafen Und dann Ja Hier komme ich nicht wieder runter Äh Ach, runter kommt man immer Ich weiß bloß nicht wie Aber das finde ich schon noch raus So Oh Mann, Alter Mario springt immer dann dreimal, wenn ich es gar nicht will So, schnell Und die letzte Ja Hier we go So, den haben wir auf jeden Fall schon mal Selbst wenn ich jetzt hier irgendwie wieder runterfallen sollte Aus irgendeinem unbestimmten Grund Wie zum Beispiel der Tatsache, dass der Wind mich hier nicht vorbeilässt Okay, 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 okay Moment Moment Ja Ja So Und jetzt Ich weiß nicht, ich fahre einfach mit Faschul runter Oh, und ich gehe das Ding nicht auch kaputt Obwohl beim letzten Mal ist es ja auf Widerstand gestoßen Wie das da zum Beispiel Oh nein Ich sehe nichts Oh, wieder so knapp So, jetzt aber schnell raus hier, Alter Schnell den Stern holen und dann Nichts wie weg Boom Mitten in der Siegesfamfare explodiert Welt ist erledigt Mit genau 105 Münzen Und bevor wir in die nächste Welt gehen, mache ich noch diese komische Geheimbild hier Naja, so geheim sieht sie gar nicht aus Aber auf jeden Fall können wir da auch noch rein Um einen Bonus-Stern zu finden So, wo sind wir denn hier? Ah ja Ach ja, ach doch, die Münzen sammeln und ja, das kennt man ja irgendwoher Okay Man, komm schon hier Eins, zwei Flieg Mario Flieg Flieg jos Okay, hier ist ja gar nix Hier ist auch nix Wo ist denn hier was? Ich glaube hier unten ist ne... Ah, ja, 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 ja. Hier ist ne Kanone. Warum brauchen wir mal erst alleine rein, bevor sie mit einem reden? Egal. Wir wenden hier erstmal den Part, wa? Und schaffen das in der nächsten Welt. Ja, ja, danke du schwule Bombe. Also bis dann, ciao!